Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel. Ja Freunde, willkommen heute zu einer Tabak Review von einem Hersteller, den es noch nicht so lange auf dem Markt gibt, beziehungsweise der noch nicht so lange da ist, sage ich jetzt mal ganz plump. Es ist ein Rapper Tabak, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich schon denken, worum es hier geht. Viele sagen immer so, Rapper Tabak, nee, nee, ist immer nur Hype, ist immer nur Hype. Also ich bin jemand, ich überzeug mich davon gerne selber, entweder mir schmeckt der Tabak dann oder nicht, wenn er mir schmeckt, ist mir das eigentlich relativ egal. Aber von einem Rapper kommt oder ob er vom Wendler kommt, mir ist das dann eigentlich relativ egal. Und zwar habe ich mir jetzt mal den Almasiva Bruderherz besorgt, wie ihr hier sehen könnt. Der ganze Kollege kostet euch 17,90 Euro, 200 Gramm. Er ist noch komplett ungeöffnet, also wir testen den hier wirklich komplett live. Ich finde die Dosen relativ schick, jetzt mal so vom Design her. Da habt ihr halt massiv drauf, mit dem Geschmack, dann habt ihr gut die Warnhinweise, die müssen halt drauf. Hier noch irgendwelche Daten, nochmal ein Warnhinweis und dann sind wir schon wieder hier vorne. Und hier oben habt ihr noch einmal das Logo von Almasiva mit dem Warnhinweis. An sich sind die Dosen wie die Holsterdosen oder wie zum Beispiel die Neblisdosen, so eine, ja ich sage immer so eine komische Pappdose. Optisch gefallen sie mir aber sehr gut, die Warnhinweise wie gesagt müssen drauf sein. Die Geschmäcker sind alle in verschiedenen Farben, das heißt ich habe jetzt hier halt rosa, wie ihr sehen könnt. Und dann gibt es noch gelb und was weiß ich nicht alles und ich würde sagen, wir gehen hier mal rein. Das Ganze ist halt wirklich zu öffnen wie so eine Holsterdose, wie gesagt, ihr werdet es kennen. Ihr habt hier oben diese Alu oder ich sage mal Alu, diesen Verschluss, den zieht ihr einfach auf. Das entsorgen wir gleich hier. So und dann habt ihr hier den Schnitt, Freunde. Ich halte das jetzt schon ein Stück hoch, so da seht ihr das Ganze ganz gut. Sieht relativ gut aus, wir rühren den ganzen Lachs hier mal um. Damit wir da genauer was sehen. Aber so auf den ersten Blick muss ich sagen, sieht er sehr gut aus, beziehungsweise gefällt er mir sehr gut. Hier seht ihr das jetzt glaube ich besser. Ist ein relativ feiner Schnitt, wie ich finde. Ich kann jetzt hier auch kein Ästchen oder sowas entdecken. Ist wirklich sehr, sehr gut geschnitten, meiner Meinung nach. Und wir gehen mal in den Geruchstest. Das Ganze soll Drachenfrucht sein. Ja, das Ganze riecht sehr süßlich. Fruchtig. Ich kann jetzt ganz schlecht erklären, wie eine Drachenfrucht riechen soll. Aber es riecht sehr, sehr süß. Wirklich sehr, sehr süß. Und dann habt ihr so eine leichte Fruchtnote, die so um die Ecke kommt. Und es geht wirklich, wow, es geht wirklich voll in die Nase. Also jetzt nicht im negativen Sinne gesehen, sondern im positiven Sinne gesehen, geht das Ganze sofort in die Nase. Und ich würde sagen, ich bin richtig gespannt, wie der Kollege schmeckt. Ich gehe mir fix ein Köpfchen bauen, hole die Pfeife rüber. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil, Freunde, beim Rauchtest. So, Freunde, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, ein Köpfchen ist gebaut. In erster Linie hoffe ich, dass ihr die Außengräuche hier nicht so sehr hört. Aber wir ziehen das Ding hier straight tot natürlich. Beim Kopfbau muss ich sagen, ist mir was eingefallen gerade, woran er mich erinnert, beziehungsweise an welchen Tabak er mich erinnert, wenn man an dem Alvazir riecht. Und ich muss sagen, er hat mich sehr an den Alvazir Mystery Land, den ihr hier oben seht, erinnert. Und ich glaube auch, da war auch Drachenfrucht drin. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Vom Geruch her hat er mich da sehr dran erinnert. Und ja, Setup der Pfeife ist, wie ihr so zum Teil sehen könnt, meine VUCA mit dem Alpaca-Kopf, einer Lager Alufolie, Panzer Alufolie, dem Sieb vom Apple on Top und drei Black Kokoskohlen. Und mit dem Pona Mundstück noch. Und ich würde sagen, Freunde, wir nehmen mal hier den ersten Zug. Drachenfrucht soll das Ganze sein. Also Qualm tut er schon sehr, sehr gut. Und ich muss auch hier sagen, geschmacklich könntest du denken, hast du Alvazir. Im Kopf hast, es schmeckt jetzt nicht eins zu eins so. Ich will jetzt hier keinem zu nahe treten. Es geht aber halt, weil ich glaube, wie gesagt, beim Alvazir ist auch Drachenfrucht mit drin. Dann geht es in diese Alvazir-Richtung, beziehungsweise habe ich den sofort im Kopf, weil ich den sehr feier, den Mystery Land. Geschmacklich ist das Ganze ja so. Ja, wie beschreibst du es jetzt geschmacklich? Also ich muss sagen, ihr habt ein ganz, 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 ganz leichtes Drücken hier. Was meiner Meinung nach aber noch auszuhalten ist. Aber wie beschreibst du es jetzt? Wo wir beim Geruch gesagt haben, er riecht halt süß. Dann eine leichte Fruchtnote. Muss ich sagen, geht das hier so eins zu eins übrig. Was kannst du eigentlich? Wo ich sagen muss, beim Geruchstest, wo wir gesagt haben, wie gesagt, wo wir gesagt haben, wie gesagt, Junge, was ist denn heute los? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So, beim dritten Mal klappt es jetzt. Wo wir beim Geruch gesagt haben, er schmeckt süß. Leichte Fruchtnote, muss ich sagen, geht das Ganze hier eins zu eins über. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, es schmeckt jetzt fruchtig oder es schmeckt sehr süß. Es schmeckt, finde ich persönlich, ist meine Meinung gut. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Wie gesagt, viele sind da ja immer so, Rapper Tabak, alles nur Hype. Natürlich ist es irgendwo Hype, aber jeder Tabak wird irgendwo gehypt. Es ist vom Geschmack her schwer zu beschreiben. Also ich würde hier nie auf die Idee kommen, Drachenfrucht würde ich nie drauf kommen. Ich würde eventuell sagen, Al-Wazir. Aber auf die Drachenfrucht kommst du hier nicht. Also wie gesagt, Fazit zum Tabak ist, es qualmt super. Es ist vielleicht ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, was den Geschmack angeht. Man muss halt drauf stehen. Ich, wie gesagt, ich habe den Al-Wazir geraucht, da ist auch Drachenfrucht drin. Ich finde den sehr, sehr angenehm. Ich würde sagen, auch der Schnitt, ich hoffe, der Schnitt bleibt auch so. Bei 1, 8, 7 ist er ja ein bisschen gröber geworden. Ich hoffe, der Schnitt bleibt auch so schön fein. Der Kollege gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich werde mich ja auch noch durch die anderen Sorten probieren. Leider waren die fast überall ausverkauft. Ich habe mir den jetzt hier bei blubberoase.de, glaube ich heißen die, bestellt. Binnen zwei, drei Tagen war der auch da. War sehr, sehr schnell in der Lieferung. Da ging Grüße raus. Und die hatten, ich glaube, noch zwei oder drei Sorten drin. Und ich hatte mich dafür den entschieden. Ich habe mir mit Absicht nicht mehr geholt, weil ich ja nicht weiß, schmeckt es mir, schmeckt es mir nicht. Aber ich muss sagen, der gute Al-Massiva, jetzt habe ich natürlich die Banderole davor. Al-Massiva Bruderherz kriegt von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Sehr feiner Schmidt. Schmidt. Das mit den Sprachfehlern kriegt man auch 2020 nicht im Griff. Sehr, sehr feiner Schnitt, Freunde. Ich finde geruchlich relativ oder eigentlich sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Und ja, kriegt von mir in dem Sinne eine Kaufempfehlung. 17,90 Euro, 200 Gramm ist zwar ein kleiner Euro mehr als normal, aber ich denke, den kann man hier mal investieren. Ich bin gespannt, wie er sich vor allem etabliert jetzt auf dem Shisha-Markt oder ob er dann auch irgendwann wieder weg ist oder ob er wirklich vielleicht sogar der beste Rapper-Tabak wird. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber genug gequatscht für heute, Freunde. Der letzte Zug geht auf euch. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende, raucht ein entspanntes Pfeifchen. Dienstag sehen wir uns dann wieder zu einem Video, wo ich euch versichern kann, dass ihr auf die Idee, also ich sage 80% werden auf die Idee, wie man eine Pfeifersauber macht, nie gekommen. Mehr will ich dazu nicht sagen, Freunde. Schaltet Dienstag ein, wenn euch das jetzt ein bisschen neugierig gemacht hat. Und jetzt der letzte Zug auf euch. Haut rein!